Ich will den Shaco, nein, 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 ich will den Shaco. Ein Gegner wurde getötet. Ach, warum läuft der Shaco nicht unten? Der ist ja Shaco. Der ist weg. Die Box hat Kale aufgehalten. Mach's auch immer so, wenn ich mit Shaco wegrenne. So, und jetzt habe ich Guardian Angel, ich wünsche den Leuten viel Spaß mit mir zu spielen. Erbrüstung, Magieresistenz und komm noch mal wieder. Was sind wir mit mir? So, ich habe jetzt 4.000 als Supporter überlegt dir das mal. 4.000 Gold und geh jetzt erstmal zurück. Nee, 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 stopp. Barron, Barron, Barron. Das kam jetzt auch im letzten Moment, du. Ja, dann los. Warte auf mich nicht zu zweit. Schafft ihr nicht. Ja, du musst mich noch ein bisschen beeilen. Ja, ich bin noch ein kleiner zu höchste Level. Deswegen bin ich... Ja, ich eben schneller als schnell kann ich nicht laufen. Ja, ich denke, jetzt wollen wir es gar nicht mal versuchen. Jetzt kommen gleich die anderen. Ja, dann hol mal das. Ja, ich bin noch mal zurück. Ja, hier, guck siehste. Ja, ich bin noch nicht zu zweit. Ja, ich bin noch nicht zu zweit. wir hätten die locker gesiegt jetzt stoppt wir haben alle noch gut ja jetzt wieder weil sie mich dann attackiert haben darfst du ruhig mal was glauben nein so soll ich mir jetzt nicht intelligent da sind wir sind wir sind vor dem farm da weg wichtiger als irgendetwas hinter dem kind steht oh mein gott oh mein gott ja ich habe versucht wegzukommen ich habe das zu dem herz wenigstens dings jetzt zwei küls wir können auch schlechter werden nicht mehr ist mir gerade aufgefallen aber so schlecht schlagen wir uns eigentlich gar nicht wir sind nur ein kill unter dem daher tja das war aber nichts dann vergesse ich jedes mal dass ich auf meine 1 der jetzt lauftemposchub bekomme ich hätte es jetzt gerade noch mal ganz locker mit geschafft ich habe ihn wirklich noch gekillt ja dann hole ich mir mal den phantomtänzer für ein bisschen gericht schaden ich sehe meine leiche wie friedlich sie schläft was soll jetzt wäre sie tot kail defend me with your ult kalli oh hilfe leute er sollte da nicht rein rennen lasst dich nicht eiskalt erwischen jetzt bin ich auch richtig schön davon gesprungen ich sage ich soll da nicht rein rennen ja das ist das nicht der richtige schaden der tower hat jedoch gekillt ich habe es genau aufgepasst so ich bin nun bei 199 farmen gegnerische keiten ist bei 130 eine heiße spur ich glaube es ist nicht dass die anderen noch da sind was war das denn ich bin dann verklickt oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das ult hat mich nicht gekillt das ult hat mich nicht gekillt das ursprünglich ja präzront lamp das b distribution wurde getötet durchzeit hier dass wir uns mal ein bisschen zusammenreißen die sprüche von der kate denn manchmal wer lässt sich nicht gerne zeigen von der lässt sich gerne von einer kanone zeigen wo es lang geht 18 fragezeichen ja es können hier erst abkau da ist als weiß ich nicht usk keine ahnung usk heißt das hier nur blinkende fein ich stelle meine auch mal mit auf ja ich werde die ganze zeit hier irgendwelche fein war hin weil die sie ja ein bisschen ein bisschen zieht ihr auf dem leben ab nicht viel aber ein bisschen verstehe deine infektion dass da einer die falle tappt mensch das ist ja mensch ich weiß dass ich hätte ich hätte äh jetzt bergern sollen du kannst doch so ein netz werfen gell ja muss aufpassen dass uns keiner ins netz geht oh mein gott ey das war so gut ich kann einfach nicht weißt du ähm jetzt wird es gerade kritisch ich weiß ich muss gerade die lane pushen aber äh die mitte wäre jetzt praktischer äh ich komme jetzt in die mitte oh hier ist ein jaco wo wo der war hier gerade hinter mir ein verbündeter wurde getötet bin ich etwas schneller als mein schaden da ist katharina an jace gestorben sollten vielleicht mal ja ja ne das wird locker was kommt das wird nichts vertraue mir jetzt endlich und komm hoch jedes mal wenn du sagst vertraue mir siehst du das siehst du das nach beide tot ich hab die fast gekillt jake ist auf der bot jace ist unten ich muss back gehen warum guck mal nach runter so so warte ich noch mal der stirbt aber sehr schön wir haben morgen ein inhibitor verloren das ist natürlich jetzt nicht so toll nennen nicht wirklich nein so was hole ich mir jetzt noch verfehlen ich niemals shaker ist auch noch hier so das wäre jetzt eine schöne ulti geworden kleines duell gefällig wenn mich nicht ks würden dann wäre ich längst so op dass ich gar nicht gar niemand mehr downfliegen würde hmmm schau mal bitte kurz meinen farm an ein gegner wurde getötet freundlich 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 ich pushe jetzt weil die top wir müssen jetzt alle lanes komplett durchpushen hier ist jace schon wieder für genau 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 ganz extra genau die japan schon mal mit dabei das war natürlich sehr nice schaiko passbar auf schaiko in der mitaruf das hab ich gar nicht gebraucht So, ich würde sagen, der Barrel ist unser und jetzt gehts ab. So, ich würde sagen, das wird jetzt sehr lustig. Kommen alle mit? Nicht, gehen wir es mal weg. Soll das jetzt mal verschwinden, wir wollen jetzt los machen, gell? Ja, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen um die Superwahrer, die hier gerade alle anrückkennen. Also wir sollten vielleicht als nächstes. Wir haben jetzt alle Baron, wir machen jetzt durch. Catelyn ist tot, dauert 54 Sekunden. Ja, aber das wird machen, damit wir... Die kriegen das nicht schnell genug hin. Bis Catelyn da ist, haben wir das durchgepusht. Ich habe Bellen, ich habe Guardian Angels, das heißt, ich komme nochmal zurück, wenn ich tot bin. Und ich mache ein Damage, das ist ohne Gleichen. Na ja, dann aber jetzt los. Ja, wir sind schon dabei, bis der letzte, der hier ist. Catelyn ist schonfalls voll wieder. Ich sage jetzt gehts los, komm, go, go, go. Eure Inhibit wird auch wieder aufgebaut sein. Genau. Ne, das Ding scheint immer zur Seite springen. Wo ist denn was du hier? So, da wird wieder Catelyn getötet. So, ich würde sagen, das wird lustig jetzt. Oh nein, ich habe einen Tung getötet mit meinem Speer. Hier, der Dress, der Dress, der Dress, der Dress. Jetzt kommen. Ein Verduneter wurde getrübt. Eure Team. Einen Turm zerstüllt. Auf, 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 auf. Raus. Oh mein Gott. Hilfe. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Freimant. Oh. Ja, die Gegend in die Schiffa-Doch. Ich hab 2 gekillt. Oh, das war noch mega zu wenig. Und da ist die Sandra, ich schütt mich auf. Und jetzt der letzte Blum hier kommt. Ja, wir haben das wirklich gewonnen, meine Lieben. 3, 4 sind noch afk, äh sind noch tot. Wir sind noch zu zerstören. Bis das hier vorbei ist, da wird gar nichts mehr passieren. Oh, wenn wir natürlich 3 Minuten warten, haben wir 50 Minuten. Nee, das machen wir mal lieber. Ja, das war's meine lieben Freunde, Damen und Herren. War wunderschön, ich danke für den Zusammenhalt. Und ja, das war Caitlyn, ich mag Caitlyn sehr. Ich glaube, wir hätten eher irgendwie sie mehr in Caitlyn gehen irgendwann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis denn. Ciao.